Wo dann? Ah ja, Jezzat war dabei. Da steht aber Community minus Bonus. Wann? Ach so, weiter auflichte, oder was? Du hast das auf Deutsch, oder? Nein. Aber dieser Herr Askati hat das auf Deutsch. Ja. Und Bonus Holiday heißt halt auf Deutsch Community Bonus. Okay. Das weiß doch jeder. Der Bereit-Button ist unten in der Mitte. Und damit soll jemand A-Gespruch sein, der schon mal aufbereit getriggt hat. Das aber wieder regängig gemacht worden ist. Ich... Ja. Hallo. Servus. Und alles klar. Servus. Ja. Bei dir. Geht so. Ja, nehmen wir deine Gradnummer. Ja, das ist ganz einfach. Bei mir kein Abadur kriegen, haben wir gewonnen. Nein. Ja. Ja, da ist noch mal auf. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, Sekunde. Ja, Sekunde. Ja, Sekunde. Ja, das ist die Vorstufe zu diesem Knurren. Ja, genau zu dem. Und die Vorstufe der Puh ist ähh. Ja. 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 als ein Morales zu beschützen. Da kommen wir Jaina hinter uns her. Wo kommt die Nova? Da ist sie doch schon längst. Ja, da ist sie. Oh, oh, hallo. Haben wir unser Bock? Die Hacker holt auch mit der Rache, das finde ich nice. Gucken wir mal was sie machen. Wenn ich da 100 push. Oder? Ah, okay. Okay, okay. Der ist da im Busch. Bäh. Nein, der Mann. Nein, du war er. Ah ja, so ist er. Ja. Killed abgestahnt. Äh, abgestahnt, ja. Ich hab den Killed abgestahnt. Ja, so. Pflänzchen. 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 Hallo Hopp. Ja, ist ja gut. Auf, auf. Ist ja gut. Meine Fresse. Auf, auf. Ach Gott, das sind das Pflänzchen. Siehst du, jetzt bin ich tot. Mach das Pflänzchen. Oh, hopp. Nein. Haller. Wenn ich die Nova wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt tot. Jo. Äh, eh. Da. Glatze mal so oben. Nein, das ist gut. Haben wir gewohnt. Will aber keine. Auch. Wann eine Pflänzchen, Gret. Das ist natürlich nicht so gut. Warten noch bissl. Gehen wir dann hin? Oder macht das überhaupt Sinn? Kann man dann richtig hart pushen? Oder sollen wir mal der DHK rennen lassen? So, mein net motto, ob ich. Soll'n so lang zu. Jo. Glänzchen werden total überfallwerden. Ich kann eh kein Skate hier. Ja, genau. Glänzchen machen auch kein Schade oder so. Ne, machen sie jetzt eigentlich nicht mehr. Naja. Jo. Ja, ob der Bock hat. Jo. Der hat Bock hatte. Okay. Mal der Hauptpol, mal das. Ne, ne. Oh, ne, wir gehen echt nicht. Na, lass doch mich wieder allein. Guck, guck da nach. Ja, wir gehen nicht. Nein, kamerade Schwein. Nova holt mich jetzt zurück. Nova ist auch mal gewesen. Nein, nein. Ich habe gehört, mit diesem neuen Terror kann man immer noch rausstehen. Ist das richtig? Ja. Kann man. Kann ich was machen? Ja. Okay. Aber du kannst deine Skills schon noch benutzen, ne? Ja. Gut. Jo, Blizzard benutzt. Danke. Geht nur, ne? Ja. Ja. Aber Y kann ich leider nicht. Schade. Das wäre lustig. Da kann man glaube ich jetzt mal ein bisschen schade machen. Dieses neue Pflänzchen ist, ich weiß nicht, das macht nicht so wirklich viel. Alter, so schlecht ist es dann aber auch nicht. Ah, ihr nice Idiote, ey. Ist doch nur einer. Ah nein, die Haka ist noch in der Mitte. Wie lange haben wir noch? 50 Sekunden. Geht noch was, oder? Ah, dann ist auch viel. Ja. Ja, okay. Hanse Bock. Wie sind die, wer da drin ist? Irgendwie nicht, oder? Ah, okay. Nein, nein, nein. Das ist warte. Nein, 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 nein. Nee. Nein, nein, nein. Hä? Moment. Hä? 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 Das war wohl. Ha, ha, ha. Okay. Moment. Bye. Oh. Wait. Oh. I don't know. I don't know this. Did you work? No, no. Yeah. Wait. Wenn nicht Nova, wer? Dann kommen sie jetzt gleich noch. Da wären sie auch schon. Oh Nova, ich bin hinten. Iiiiiiii. Ja der hatte ich. Aber wir haben sie. Du hast gelogen? Ich hab sie. Ich hab sie gegründet. Ich hab sie gegründet. Da habe ich immer selber gegründet. Ah nice. Also die haben ja überhaupt keinen Bock auf dieses Objektiv. Hat irgendetwas geblinkt? Morales Calls for Retreat? Nein, nein. Ja, over. Er wollte over Splendia anfangen, aber wir machen das so. Ja, was macht der Hacker? Das ist mal ganz ein Mensch. Fangt der den Boss an und er wird draußen einfach Freilite. Uuh! Jawoll. Ihhh. Wie hat Bock? Wo ist die Nova? Irgendwo da unten. Falten wir nicht. Ja, okay dahinter. Ja, nein, lass mich vorbei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh nein! Nein, wieso? Die hatte ich. Nein, die hatte ich nicht. Oh, die hatte ich, die hatte ich. Geh weg, geh weg. Geh weg. Habs vor, habs vor. Ja. Ja, ein selbisch genug Lerbe. Höh, AC-Board drüber gepusht. Das war net unknapp. Oh, ich hätte die Nova gesehen. Die ist schon drum herum gestalkt. Ja, die ist doch hin eh irgendwo. Ne. 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 Ich werde kein B-trigger oder was. Oh, da leid noch was. Oh, da mitte, 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 mitte. Uh, der Fozzi! Der Fozzi! Der Fozzi! Neee! 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 Nicht der Fozzi! Iiii! Wo bist du? Neee! Ah! Ich steh zu weit drin! Ich doch net! Ja, komm ich schon net hin, ne? Oh! Ja, mach nix! Oder? Nein, wir sind dort. Nein! Das ist gut Sinn, das ist gut Sinn. Ja, ja. Habs vor. Nacebo macht lieber Kamps. Ist okay. Oh, Nacebo sterbt! Oh, hat das ne gesie. Oh, leck. Die Blondes... Geht weg. Ne, die Hacker muss in nemmer. Geht weg. Ja, gut ey. Sammo so, äh... Der Feet ohne. Kannstmal klicken. Ja, der Feet aber in nemitte. Geht im Morales. Der Feet einfach gehe im Morales. Kann man nur. Und wenn er sich wegtraue will, dann wird er halt gestunt. Ja, danke. Da wollte ich hin. Macht's kein Sinn. Jo, ist er tot? Der Hacker, ja. Ja. Oh, die ist auch tot. Lieh nicht. Die Nova, die Nova, die Nova. Ja, wird kurz gefeiert. Lass weg. Lass mich hin. Vorsicht. Ich muss halt mal in die Richtung. Sorry. Vorsicht. Oh, die Kersche. Hm. Ist halt ein bisschen schwer mit dem Split-Push-Nazebo. Ganz ehrlich. Jo, das gibt auch Erfahrung. Hopp. Geht's. Komm mal her. Jo, saus. Saus. 6 Sekunden, wer dann... Oh, 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 oh. Also die Nova wäre dann gleich wieder da. Ja, jetzt. Ich würde schon noch gerne diese Turm. Ja, äh. Aber der Unara, der Unara hole ich noch. Dann war's das. Oh, oh, oh. Nein. Du unerstinkst. Du unerstinkst. Du unerstinkst schon wieder so ab. Ja, ich hab's gewusst. Ja, aber der hat vorher noch der Hacker geholt. Ist okay. Aber ich glaube, dass wir uns auf die Hacker gehen. Halt mal nicht auf die Hacker gehen. Ja, geht zu unserem die Hacker. Kannst du noch Y? Jeder hat Y. Nein, immer Y. Da haben sie lernen. 90. Nice. Die Hacker will was gefährlich wissen, oder? Ja. Da war sie doch, oder? Ja. Ihr Feet. Anstatt, dass er einfach... Joho. Anstatt, dass er sich einfach wegbootelt. Naja. Leider hat sich nicht gebootelt. Das war das Problem an der ganzen Sache. Ja. Da hätt ich halt von Anfang an einfach rausbooteln und fertig. Oh, du warst schnell gehockt. Hä? Also... Geh doch weg. Ja, leck mich. Komm, komm, leck mich. Komm, leck mich doch. Hä? Achso, das Ende war die Kopie. Das war Kopie, ja. Ja, ich dachte grad, dass... Wenn die zwei M&O was gleichzeitig sind, muss es Ende die echt sind. War die Kopie. Okay. Ah ja, gut. Das Fiat hat ja geholft dann, quasi. Oh, ich hab jetzt was Unsichtbares gewusst alle mal. Bist du da sicher? Wo? Ja. Denken wir da? Hm. Wir haben einen Busch drin. Nein. Puschen wir einfach mal ohne. Ja. Ne, ohne ist Core, WTF. Däna von rechts. Und nur pushen wir einfach Core. Ja, der helft, der Puscher Core. Das... Ja. Hallo? Ich will mich halt da mal hin. Machst du, als ob ich Core-Push. Na gut, dann geh grad mal hin. Hey. So hart Ninge will ich nicht. Hallo? Ich will eigentlich nur da stehe und so mache, als ob ich Core-Push und warte, bis die Keep-Prinne mit kaputt ist. Gibt's da nie die Steam-Drone? Ja, so ein hart Ninge kann ich da... Ja, natürlich. Ja. Ha, 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 ha. Ah, nee. Aber gleich haben wir sie ja auch. Ja. Ja. Ja, die ist... Die ist weg. Höh! Höh! Nee. Versaut. Was genau? Versaut! Machma's halt fertig, ne? Ist schon wieder viel zufrieden. Ja, ich weiß. Wir kriegen einfach keine Erfahrung. Jo. Hat dann doch noch Core ihr Leid. Oh, so viele Minions, ey. Ist das irgendwie lustig? Neeein! Diese 100% Münder jetzt, sie geht weiter. Ja. Ja. Die geht einfach weiter. Ja. Jetzt bist du noch Jogal, was ist so los? Was? Das kann's nicht sind. Das ist einfach Jogal. Du hast doch, Level 20. Äh. Macht's kein Sinn. Hä? Alter, sieht das komisch aus, im Hero Select Screen. Überall. Überall ist Blautra. Ah, ja. Hm. Einfach überall? Was seltsam. Äh. Und wir machen wohl noch ein Kaffee. Sjöp. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. AUTODOC. Vielen Dank.